Vor einiger Zeit habe ich euch hier auf dem YouTube-Kanal von OnlinePrinters die Funktion zum Textumfluss in InDesign vorgestellt. Dazu gibt es noch eine kleine Erweiterung und das ist der sogenannte Motivumfluss. Dabei erkennt InDesign automatisch einzelne Motive innerhalb eines Bildes und ermöglicht es so, Texte um diese Motive herum umfließen zu lassen. Ich bin Christoph Ullrich und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr mit wenigen Klicks diese Funktion zum Motivumfluss anwendet und damit deutlich spannendere und dynamischere Layouts erstellen könnt. Die einfachste Variante, den Motivumfluss anzuwenden, ist, indem ihr ein Bild mit einer hohen Auflösung und im Idealfall auch einem möglichst deutlichen Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund auswählt. Hier in diesem Beispiel einer Modezeitschrift soll jetzt der Text auf der rechten Seite den Rücken des Models umfließen. Dazu benötigen wir natürlich erstmal das entsprechende Bedienfeld und das Bedienfeld zum Motivumfluss bzw. Textumfluss findet ihr hier oben unter Fenster und dann auf Textumfluss. Hier in diesem Bedienfeld klicke ich dann als erstes das dritte Icon an mit dem Namen Umfließen der Objektform. Lasst euch jetzt davon nicht verunsichern, dass der Text erstmal komplett verschwunden ist. Das liegt jetzt aktuell daran, dass in Design das gesamte Bild umfließt, denn hier unten im Bedienfeld ist unter den Konturoptionen der Typ wie Beschneidung ausgewählt. Genau das wollen wir jetzt aber ändern und hier unten im Dropdown-Menü gibt es verschiedene Arten, wie das Motiv umflossen werden kann. Wenn man früher mit transparenten PNGs gearbeitet hat, dann gab es damals schon die Option Kanten suchen, die bereits gut funktioniert hat. Aber mit Adobe Sensei KI ist InDesign mittlerweile in der Lage, auch das Motiv auszuwählen. Genau das wähle ich hier in diesem Dropdown-Menü aus und nach ein paar Sekunden seht ihr, dass hier InDesign automatisch ein Pfad um das Motiv, in diesem Fall das Model, generiert hat. Und der Text, der taucht nun hier auch wieder auf und umfließt diesen Pfad. Ihr seht jetzt hier allerdings auch, dass dieser Text wirklich alles andere als genau ist. Ihr könnt diese Funktion also nicht dazu verwenden, um irgendwelche Objekte freizustellen. Dafür ist diese Funktion auch gar nicht gedacht, aber hier unten im Textumflussbedienfeld kann ich diesen Pfad nun einheitlich verschieben und mit einem gleichmäßigen Abstand den Text dementsprechend um das Model umfließen lassen. Ich stelle jetzt hier mal einen Wert von 10 mm ein und somit erhalte ich hier einen schönen gleichmäßigen Abstand zum Motiv. Sehen wir uns auch direkt noch ein zweites Beispiel und noch eine Erweiterung dieser Funktion an. Die Funktion zum Motivumfluss funktioniert auch super bei Tieren oder auch bei anderen nichtmenschlichen Objekten. Hier kann ich jetzt ebenfalls wieder im Textumfluss oder eben Motivumflussbedienfeld das Umfließen der Objektform auswählen und zunächst mal einen einheitlichen Abstand definieren. Und ihr seht hier schon, gerade bei großen Motiven wird hier ein deutlich spannenderes und dynamischeres Layout erzeugt. Wenn ihr jetzt aber aufmerksam wart, dann wird euch jetzt sicherlich nicht entgangen sein, dass jetzt hier über dem Ohr noch ein weiterer Textrahmen liegt, der jetzt aufgrund des Motivumflusses ausgeblendet ist. Um diesen Text bzw. den Textrahmen wieder hervorzuholen, muss also der Umfluss für diesen Textrahmen ausgenommen werden. Wie funktioniert das? Ihr klickt einfach mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Textrahmen und wählt dann hier oben die Textrahmenoptionen. Und hier unten in diesem Bedienfeld setzt ihr einfach nur ein Häkchen bei Textumfluss ignorieren, bestätigt das Ganze dann mit OK und somit wird der Textrahmen wieder eingeblendet und der Text auf der linken Seite wird trotzdem noch sauber umflossen. Im dritten und letzten Beispiel möchte ich euch gerne zeigen, dass InDesign auch in der Lage ist, mehrere Motive innerhalb eines Bildes zu erkennen und dabei auch den Text innerhalb von Pfaden darzustellen. Auch hier wähle ich zunächst wieder im Textumfluss bzw. Motivumflussbedienfeld die Funktion Umfließen der Objektform aus und lasse jetzt hier zunächst mal die Motive automatisch erkennen. Und nach ein paar Sekunden seht ihr, dass jetzt hier sowohl die Tasse als auch der Wecker einen eigenen Pfad bekommen haben. Wenn ich nun allerdings den Textrahmen, den ich hier bereits vorbereitet habe, innerhalb der Tasse platzieren möchte, dann richtet InDesign diesen Text aktuell noch nach außen hin aus. Um das zu ändern, klickt ihr einfach hier oben im Textumflussbedienfeld auf Umkehren und schon wird der Text sauber nach innen hin umflossen. Als Abstand definiere ich jetzt hier mal einen Wert von 14 mm. Und was mich genau an diesem Umfluss jetzt doch stört, das ist hier unten rechts der Schaum in der Tasse, der aktuell dafür sorgt, dass der Text insgesamt etwas schlechter lesbar ist. Um das zu ändern, kann ich aber einfach das Pfadwerkzeug auswählen und die einzelnen automatisch generierten Pfadpunkte von InDesign so verschieben, dass der Text um diesen Schaum herum umflossen wird. Und wie ihr seht, das Ergebnis hier, beziehungsweise dieser Pfad, der muss gar nicht sonderlich sauber sein und der Pfad muss auch gar nicht sonderlich exakt sein. Es geht einfach nur darum, einen möglichst einheitlichen Abstand zu eventuell störenden Objekten zu erstellen. Und wenn ihr das schafft, dann erreicht ihr immer ein sehr gutes und schönes Umflussergebnis. Jetzt seid ihr also mit den Basics rund um den Motivumfluss vertraut. Wenn ihr dennoch Fragen zu dieser Funktion habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal über den jetzt eingeblendeten Button. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch zum nächsten Video wieder ein. Ich bin Christoph Ullrich für OnlinePrinters. Bis zum nächsten Mal!